Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Cheesy. So cheesy! Würdet ihr mehr Videos mit Luftballons machen? Na klar! Das ist halt so, als ob man sich selber anspucken würde. Und das ist echt eklig. Tööö, probier mal Zähneputzen und danach einen leckeren Orangensaft. Meine Mama hat extra Orangensaft deswegen gekauft, ja. Extra! Ja. Mach mal die Socks and Shoes Challenge! Ja, also wer die Socks and Shoes Challenge jetzt nicht kennt, es geht halt darum, dass man seine Schuhe und seine Socken auszieht, ohne seine Hände dabei zu benutzen. Hi! Hi! Macht mal, wie wäre es mit, wer mehr erschmeckt? Also, einer verbindet sich die Augen und der andere nimmt irgendwas aus der Küche auf einem Teelöffel und der andere muss es erschmecken. Ja, also es ist jetzt leider kein Mensch hier in meiner Nähe, der das für mich machen kann. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal selber, ne? Ja, also ich habe mir jetzt was aus der Küche rausgesucht und ich weiß jetzt natürlich nicht, was es ist. Das ist ja klar, weil, ich meine, ich weiß es halt nicht und deswegen werde ich das jetzt einfach mal versuchen zu erschmecken. Boah, das ist so viel! Das ist so viel! Ich dachte halt wirklich, dass es weniger ist. Wow. Jetzt hängen meine Haare an. In meinen Haaren. Ich würde jetzt einfach mal stark vermuten, dass es Mehl war. Aber ich bin mir jetzt jetzt so 100% sicher. Eigentlich musste man eine Rülps-Challenge als Video machen bei dem Talent XD. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wie das als Challenge irgendwie aussehen sollte und ich fände es eigentlich auch ziemlich eklig. Ich würde jetzt mal sehen, dass ich mich nicht mehr als Video gemacht habe. Untertitelung des ZDF, 2020